So, da sind auch gleich die Fans wieder. Hier sind die Uni-Rollers. Man sieht es schon an ihrem Outfit, was sie uns gieten werden. Rock'n'Roll in einer Vorführung im Freestyle. So haben sie es wie gesagt, eine Gruppe unter Leitung von Jennifer Chesney und Robert Steter. Und viel Spaß mit den Uni-Rollers und Rock'n'Roll. 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 Musik 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 6. 6. 5. 6. 6. 13. 14. 15. 16. 16. 16. 17. 17. 15. 17. 17. 18. 17. 18. Musik Musik